Was geht, Rappodima hier und das erwartet euch auf meinem Kanal. Fangen wir an mit Ausraster. Hallo. Gruselige Horrorspiele. Vlogs. Was machst du denn in deiner Hose? Reactions auf alles. Shit, der reaktet auf mich. Oha, er kann beatboxen, Rise. 200 Punkte, oder? Dreck geworden. Und natürlich vieles, vieles, vieles mehr. Aber eine Sache gibt's noch. Mein verrückter Humor und meine beste Gesangsstimme. Oh Gott, war das peinlich. Wenn ich also bei euch einen guten Eindruck hinterlassen hab, dann abonniert mich, aktiviert die Glocke, seid immer fresh am Start. Und wir sehen uns beim nächsten Video.